Jeder Jeferaner kennt das Bildnis von Fräulein Maria, auf dem die Herrscherin des Jeferlandes den Betrachter mit einem unnahbaren Mona Lisa-Blick ansieht und eine weiße Haube trägt. Doch was hat es mit dieser Kopfbedeckung eigentlich auf sich? Ist sie Teil einer Tracht oder gar Ausdruck von Autorität und Macht? Weder noch, sagte die Leiterin des Schlossmuseums Jefer, Prof. Dr. Antje Sander, bei einem kurzweiligen Abend rund um das Thema Hüte und Kopfbedeckungen im Wandel der Zeit im Steinsaal des Schlosses. Die Haube war damals, Mitte des 16. Jahrhunderts, einfach in. Sie war modern. Und Maria war eine moderne Frau. Rund 30 Frauen hatten sich ihre Lieblingshüte aufgesetzt und waren zu einem kurzweiligen Abend ins Schloss gekommen. Hut ab vor Maria von Jefer war der Abend überschrieben. Eingeladen hatte das Team Frauenort gemeinsam mit dem Schloss, dem Lions Club und den Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis. Ein Jahr zuvor hatte ein Team von Frauen aus verschiedenen Vereinen, Gruppen und Organisationen den Frauenort Jefer gegründet. Eine landesweite Initiative, die Orte, an denen Frauen zu ihrer Zeit besonders bewirkt haben, in den Mittelpunkt stellt.